Hallo, 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 Leute, hier geht's mit Rocket League, willkommen dazu, ich bin der Lars, 2 on 2, auf dem Weg nach Gold, mit neuem Auto am Start hier, los geht's, Leute. Das ist ein cooles Auto, auf jeden Fall, ich hab mich so langsam schon an diese geile Dinge gewöhnt, natürlich muss man den Simpli schon einspielen, aber jetzt bin ich am Start hier. Gerade eben kurz ein Game noch gewonnen, gar kein Ding, obwohl ich von den, oh, äh, wieder sehr, sehr tief gefallen bin, wenn ich ehrlich bin. Und der ist drin, 1-0, wunderbar. Er wollte nicht reingehen, auf jeden Fall mit dem kann man echt ohne Scheiß gut fliegen, man sieht es selber, man kann es echt gut steuern, wo man hinfliegt und so weiter. Ich liebe dieses Auto, ohne Witz, es ist, es ist phänomenal geil, ohne Witz, ich hab mich in das Ding verliebt. Ich weiß nicht, wie heißt es, Octane oder so, ihr wisst es selber, mit dem Zylinder, like a sir, sind wir am Start, los geht's. Jetzt sind wir voll da. Jungs, ich bin warm, ich hab gerade ein Game schon gemacht. Oh, hat er gehalten, sehr gut. Fuck. Alles klar. Ja, schöner Versuch, aber ohne etwas drücken den Ball bringt das halt nichts, alles klar. Trifft er den auch? Nein. Ich treffe ihn auf jeden Fall. Das war nicht so geil, ich drück mal alles weg hier. Und wir müssen Platz haben, oh Gott, da kommt viel zu weit. Das war kein guter Pass, das war definitiv kein guter Pass. Okay, den trifft er. Den treffe ich. Okay, okay, push nach vorne, push nach vorne. Oh, ich komm nicht rumgedreht. Fuck, das Tor ist frei. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Oh, das war nicht gut von mir, das war nicht gut von mir. So, der kommt rein. In Helter aber, scheiße. Oh, Entschuldigung. Fuck, der schießt jetzt. Der kommt nicht aufs Tor. Oh, shit. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Hei, 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 hei. Erst hab ich den weggestoßen und dann hab ich ihn nicht gehalten. Ah, das war nicht gut. Egal, kann passieren. Kann passieren. Weiter geht's. Kämpfen, nicht verlieren. Übrigens, ich hab ja heute ein bisschen mehr gespielt, Rocket League. Ich muss ehrlich zugeben, die Community ist so eklig geworden. Der erinnert mich wirklich schon an LOL, die Community. Die ist richtig eklig. Jeder hasst sich gegenseitig. Okay, er geht. Das ist, Alter. Ähm, jeder hasst sich gegenseitig. Jeder beleidigt sich durchgehend. Es wird nur gehasst. Jeder geht, wenn man 2-0 hinten liegt, äh, äh, ähm, ähm, geht ein Teammate normalerweise afkar. Es ist also richtig hässlich. Ohne Witz. Wirklich, da kann man, das ist echt traurig geworden. Oh, der Stoß-Effekt. Und deswegen muss man da echt, weiß ich nicht. Also, wenn sich das wieder weiterentwickelt, da kann ich nur noch mit einem Teammate zusammenzocken. Ich flieg vorbei. Und er auch. Nein, ich hab ihn nicht. Schade. Ah, wieder vorbeigeflogen. Kann passieren. Oh Mann, gerade, ich treffe doch sonst immer die Dinger. Ah, das ist der Vorführeffekt. Jedes Mal im Videospiel ich scheiße. Ich hab davor nur getroffen, jeden scheiß Ball. Da mach ich so eine... Egal. Normal muss man da die Bande hochfahren. Ich hab ja ein paar Streams gesehen von den ganzen, ganzen Boys, die richtig gut sind. Die ganzen Pros und so weiter. Yes, wunderbar. Ich hatte keinen Booster, ging nicht mehr. Ich hab mich mit reingerollt. Einfach mit reingerollt. So macht man das, oder? Einfach mit reinrollen, dann läuft das. Definitiv. Dann läuft es. So, weiter geht's. War knapp, ja? Hätte fast gehalten. So, Kollege, fahr drauf. Okay. Ich pack den Grifter. Der ist drin. Nein. Der Nachschuss aber. Ich... Diese Dinger zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie defen soll. Wenn ich so stehe zum Ball. Oh, es war wieder schlecht von mir. Es war super schlecht von mir. Oh Gott, ich bin gerade so... Ich bin vorne stark, hinten gerade voll für den Arsch. Hinten stark, äh... Was? Hinten stark? Hinten stark, plötzlich verwehrt sein. Ähm, alles klar. Ich kann es halt nur von hinten. Oh. Was mache ich denn hier gerade? Ich treffe ja gar nichts. Ähm. Alles klar. Hat er gehalten. Der glaubt, der ist sogar reingegangen. So nach oben lüpfen. Erstmal hier ein bisschen... Ein bisschen Raum gewinnen. Raum gewinnen ist wichtig. Der kommt rein. Der hat er aber. Den trifft er zum Glück nicht. Der wäre... Er ist drin. Wo... Was? Wo war mein Teammate? Er ist drin eiskalt. Er ist drin eiskalt. Das ist die böse. Das sind die böse Seiten für uns. Ich treffe ihn nicht. Volles Risiko genommen. Und er geht rein. Wo uns in der Verteidigung geht nichts. Oh, ich habe wieder voll Risiko. Warum? Aufgeben? Warum? Hast du ein Kleid an oder was? Aufgeben ist hier nicht. Aufgeben gibt es hier nicht. Hier gibt es nicht aufgeben. Das kann man 1,40. Kann man locker noch drei Dinge machen. Wenn nicht sogar vier. Ich habe gesagt fünf. Man kann auch fünf machen. Fünf sind auch drin. Ich darf mich niemals auf mein Teammate verlassen. In einem Tour-and-Tour darf man nicht. Außer man ist im Test oder so. Ich falle wieder zum Boost. Darf ich nicht. Darf ich nicht machen. Ja, ja, ja. Kriegen wir gerade eine Klatsche. Ich spiele gerade eine Mrotze hier. Das gibt es doch gar nicht, oder? Okay. Der wäre auch so gekommen. Definitiv, meiner. Aua, der Block darf ich aber weg. Aua, schon wieder. Da oben auch noch. Was ist das für ein Assi? Ich dachte nicht. Ich wollte ihn reinrollen. Fuck, ging nicht. Habe ich auch gesehen beim, ähm... Bei so einem Pro-Gamer. Der rollt die halt immer rein. Beziehungsweise man sollte die immer reinrollen. Der ist drin. Wunderbar. Der ist nicht drin. Fuck, wir haben auch noch Pech. Wir haben auch noch Pech am Ende. Am Ende auch noch Pech. Passt auch nicht. Schade. Der ist drin. Hat er den gerade selber wieder rausgehauen hat er. Sehr gut. Egal. Es ist gegessen, das Ding. Das war die erste Runde zum Warmwerden, Leute. Natürlich habe ich da vorher schon eine gemacht. Der ist nur gewonnen. Also, sowas nehme ich natürlich nicht auf, wenn ich gewinne. Aber... Passt schon. Nächste Runde wird besser. Ich glaube daran. Nächste Runde gewinnen wir also jetzt. Nur kurz zum Warmwerden. Ich habe ja zwei Butzen gemacht. Passt ja. Ähm... 450. Wow. Aber ich finde es cool. Es ist eine echte... Das war eine Runde mit Leuten, die sich nicht Tunes beleidigt haben. Sich nicht angeschrien haben im Voice-Chat. Und wo einer nicht vom Tour-and-Tour-Mate AFK gegangen ist. Das ist super selten. Normalerweise wäre der mein Teammate zu... Ich wette jetzt. Jetzt ist es soweit. Der geht locker AFK. Und ihr seht das selber. Eigentlich kann man das alleine nicht mehr spielen. Man muss sich einen Teammate suchen. Man muss Tour-and-Tour spielen mit jemandem, der am Start ist. Sonst geht das nicht. So, mal schauen. Wer ist denn jetzt hier? Er verteidigt. Okay. Das ist schon mal eine Ansage, dass er verteidigt. Das finde ich gut. Oh Gott, ich mache ihn selber rein. Lieber nicht, ne? Machen wir lieber nicht selber rein. Dann lass ihn mir. Geh weg. Ich habe doch Boost. Oh shit. Ich klippe hier gerade auf dem Boden. Ich hätte mit Spina vorne spielen können. Er fährt rückwärts. Hat einen Bock, ein bisschen auf rückwärts zu fahren. Alles klar. Jetzt kommt. Limmeln, einen vorderen. Hat keinen Bock. Dann def ich ihn ein bisschen ab. Klippt er nicht? Jetzt aber nach vorne mit dem Scheiß. Es hat sogar noch geklappt. Entschuldigung. Ah, wunderbar. Hat geklappt. Sehr geil. Eigentlich dachte ich, dass mein Team hat den dann reinmacht. Aber der war halt einfach mal gar nicht da. Aber es hat geklappt. So wie ich wollte. Dann habe ich mich angehört wie so ein Raucher. Wenn ich, wenn ich. Er darf nicht schießen. Ich muss blocken. Oh Gott, der ist drin. Es ist halt so. Wenn der. Oh Gottes Willen. Der war noch gehalten. Ich weiß. Er hat keinen Bock. Er bleibt halt immer stehen. Mein Team-Mate. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ist. Das war's 1-1, wa? Wir haben mal vorgeflogen. Wir haben mal in die Schussrichtung. So nach vorne mit dem Scheiß. Ich brauche einen Boost. Wenn ich jetzt mal hier abspringen könnte. Ich weiß halt nicht, wie es geht. Deswegen mache ich es lieber nicht. Ich weiß nicht, dass es klappt noch mal. Dann kann es ja mal versuchen. Lol. Er trifft ihn halt nicht. Bitte was? Oh oh. Oh oh. Der Fien. Der Fien. Oh. Gottes Willen. Sehr gut. Nach vorne damit. Oh shit. Ich weiß gar nicht, wo immer mein Teammate ist. Der ist hinten im Tor oder wo. Ich spreng noch alles weg für dich. Oh shit. Der wird auch fast reingegangen. Shit, shit, shit. Verkackt. Den Sprung. Der war gut von ihm eigentlich. So, ich habe ihn gerade noch so berührt. Ging noch so. Da kommt jetzt gefährlich. Der ist zu weit. Zum Glück. Der kommt wieder gegen eine Bande. Shit, shit, shit. Den triffst du. Den triffst du. Eis kalt. Sehr geil. Sehr geil. Oh, das ist ein spannendes Spiel gerade. Sehr geil. Der ist gut. Uiuiuiui. Das war am Ende sogar noch knapp. Sind beide vorbeigeflogen. Wir sind beide vorbeigeflogen. Das Tor ist leer. Da sind wir beide abgehoben. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Eiskalt. Eiskalt macht er die Butze hier. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay. 1,40. Das können wir noch gewinnen, Leute. Ich darf hier nicht hier zwei Niederlagen am Stück. So. Sehr gut. So, der geht rein. Das passt schon mal. Alles klar. Können wir es noch kurz nochmal gönnen hier. Mit dem Zylinder reingelümmelt. Sehr, sehr geile Schlagsahne. So, du hast ihn. Alles klar. Oh Gott. Ja. Ohne Booster irgendwas dürfen. Geht krass. Ich drück ihn weg und er ist drin. Wir stehen uns nur im Weg. Oh Gott. Er ist da oben. Es ist gerade sehr, sehr unglücklich, oder? Wow, wow, wow. So, eine Minute. Wir müssen noch eine Butze machen. Okay, der hat er leider nicht bekommen. Aua. Macht er extra gemacht. Schiebogen. Nur weil ich ihn mal angefahren habe, wäre das drin. Das war's. 2 zu 4. Die kassieren viele Niederlagen. Ach, Mann. Das kann's doch nicht sein. Ach. Bin zu scheiße. Ach, doof. Willste machen. Will halt nicht. Ne, Leute. Es gibt scheinbar keinen Win mehr. Ich bin zu doof. Ich muss wieder einen Teammate suchen, der irgendwie geiler ist. Der irgendwas rausholt. Der mein, mein, mein baden Scheiß wieder weg macht. Oh Gott. Ja, das war's. 2 zu 5, 2 zu 7 davor verloren oder so. Ne, trotzdem nicht aufgeben. Aufgeben ist was für Schwuchteln. Ähm, ne. Leute. Geht nix. Win gibt's heute nicht. Oh, der ist drin. Loll. Ähm, Win gibt's leider heute nicht. Tatsächlich. Äh, kann ich nichts machen. Was soll ich machen? Ich muss wieder teammate-mäßig jemanden suchen, weil, ähm, ich bin zu schlecht, das alleine hier zu machen. Ich weiß, ich bin nicht gut. Ist mir selber klar. Und. Egal. Mal gucken, ob der Hanriza vielleicht mal Zeit hat oder so. Aber bei ihm bekomme ich halt dann wieder Gegner, die super strong sind. Aber trotzdem passt. Äh, das war's für eine Runde. Rocket League. Zwei Niederlagen am Stück. 442. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so tief. Passt schon. Wenn ich dann bald wiederkomme, bin ich Bronze. Bronze. Bronze 3. Da bin ich gut. Egal. Soll mal machen. Einmal gewinnt man. Bzw. Einmal verliert man, einmal gewinnt die anderen. So wie immer halt bei mir. Ich bin echt tief, Alter. Ich hab Tour und Tour. Ich mach's noch eine Runde. Tour und Tour mit euch. Ist mir scheißegal. Eine Runde noch Tour und, äh, 1 on 1. Da bin ich auch gefallen. Auf Bronze. Ich hab einschwiegen gemacht, weil ich Bronze. Aber ich war eh nicht da hoch. Aber normal 1 on 1, äh, ist okay. Da war ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir kassieren kurz hier noch eine Niederlage. Und dann können wir gepflegt mit drei Niederlagen nach Hause gehen, oder? Das ist ein Angebot, oder? Oder, oder, tatsächlich, oder, Lars. Ich geh doch nur Blödsinn. Ich geh doch nur Blödsinn. Ich mach nur Scheiße. Egal. Mit euch zusammen macht das doch Spaß, oder? Oh Gott, ist das geil. Nur am Verkacken. Eieieiei. Der Woody. Ich spiele gegen Woody. Gegen Woody Allen spiele ich. Erwartet nicht viel von mir. Ich hab echt lange kein, ähm, 1 on 1 mehr gespielt. Aber trotzdem, ich muss ja meine Ehre irgendwie verteidigen. Ich muss ja irgendwie mal hier was gewinnen. Schau, das war ein Versuch wert. Woody hat ihn gehalten. Der Woody. Oh, danke schön, Woody. Ist ja nett von dir. Der Boost kommt ja wieder. Nee, kommt ja nicht. Ich hab extra nochmal gebremst. Oh, da trifft er. Da trifft Woody. Der ist nicht drin. Zum Glück. Boost. Hat er weggenommen. Schade. Ich wollte ihn sprengen. Komm, ist er nicht. Oh, ging das nicht? Nein, Woody, mach ihn nicht. Woody, du alter. Du, Uhrensohn. Du alter, Uhrensohn. Du hast kein Urheberrecht. Scheiße, Mann. Die alten Tricks kann ich doch gar nicht mehr im 1 on 1. Ich konnte sie mal. Oh, Anschluss win. Kommt natürlich nicht böse. Ohne Boost ihn jetzt hier treffen. Was hat er denn gemacht? Er spricht eine Runde. Läuft bei ihm. So. Wo geht der denn hin? Der ist auch Mexikaler. Ich seh's doch. Er hätte gepasst. Aber er war kein Druck hinter. Oh. Ui. Sehr gut. Das war natürlich eine Vorlage für mich. Den kann man machen. Den kann er machen. Den mach ich auch. Sehr gut. Das wird ein knappes Ding. Der ist auf jeden Fall machbar. Aber bei meinen 1 on 1 Skills, die ich nicht besitze, wird es trotzdem in der Lage. Aber ich geb ihm das Beste, Leute. Ich geb ihm das Beste. Ich mach Tryhardt hier. Ich bin Tryhardt am Start. Oh, Anschluss win. Anschluss win. Okay. Fuck, war von mir dran? Aber kommt nicht gefährlich. Wirklich? Was war das denn von ihm? Ich glaub, er wollte den anstupsen, leid, und dann wollte er mich wegschießen. Sie wollten mich umschießen. Fuck. Sobald ich jetzt Ballkontrolle, hab ich. Schade. Ei, ei, ei. Warte, ein Boost. Wow, 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 wow. Ei, 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 Lars. Oh, hier geht wieder das Duell. Haha, er trifft jeden Ball, er kriegt das Ding hier aufs Tor. Sehr gut. Alles klar. Da. Gut. Aus den Fehlern von dem Gegner kann man ja was machen, oder? Alles klar. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Sehr schön. Reingemacht. Ich muss jetzt hier das, ich muss gewinnen. Ich muss jetzt hier ein Parkband mit einem Win. Das geht nicht anders. Oh Gott, der macht sich jetzt rein, ne? Oh, nee, ich hab keinen Boost. Aua. Er versucht auch ein bisschen, weiß ich nicht. Er ist zu, äh, pulsiv. Tatsächlich. Normalerweise bin ich der, der viel zu pulsiv ist und viel zu krass auf den Ball geht, aber er macht es gerade auch. Das ist ein guter Vorteil. Hier, den ich gerade hab, beziehungsweise da kann man was rausholen. Der hat gut getroffen. Das ist das Ding. Sehr schön. Schön gemacht von ihm. Da kam er eher dran. Ich glaub, der ist die Bande hochgefahren, was ich halt gar nicht kann, ne? Der ist hochgesprungen sogar. Uh, alles klar. Ich hab noch ein Ding noch vorweg, aber ich muss auf jeden Fall noch zwei, drei machen. Was läuft das hier nicht? Na gut. Es war ein bisschen Glück jetzt am Anstoß, dass er so komisch fliegt. Aber willst du machen, ne? Einmal mal Glück, einmal hab ich, ne? Weiß Bescheid. So, okay. Wir gewinnen das, Leute. Wir gewinnen das. Glaubt an mich. Ich hoffe, ihr trinkt alle die Däumchen. Das will ich auch mal ein Ding gewinnen. Fuck, ey. Geblockt. Okay. Ich brauch einen Boost. Geht hier gar nichts. Er holt sich auch einen Boost. Er spielt jetzt nur in die Mitte rein. Oh, danke. Fuck, ich wollte dann um ihn herum zuspielen. Ich hab ihn schon wieder gehört. Ich hab ihn gehört. Sag arm. Oh Gott, er spielt auch noch gut hier. Aber er macht ihn nicht. Sehr gut. Huh. Wir können uns eigentlich ja Zeit lassen. Das Ding ist eh, glaub ich. Oh, er trifft da. Sehr gut. Aber leider vorbei, mein junger Freund. Da können wir jetzt ein bisschen warten. Ich spiel das jetzt ganz safe hier runter. Ich spiel das jetzt hier ganz safe runter. Spreng mich ruhig. Ist okay. Darfste. Ausnahmsweise darfst du das heute einmal. Aber nur, weil heute, ähm, Feiertag ist. Ist noch Feiertag? Ja, ist noch Feiertag. Es wird jetzt total kacke, was ich mache, weil ich gar nicht mehr aufs Tor spiele. Aber ist mir egal. Oh. GG, definitiv. GG. Am Ende gewinnen wir doch noch ein Ding, Leute. Ich bin stolz auf mich. Und, ähm, ich hab noch viel, viel Arbeit vor mir, damit ich ein bisschen besser werde. Ich bin wieder in Silber. Oh, tatsächlich. Wow. Ich habe nicht mehr diese Bronze. Ähm, Schande da stehen. Egal. Ob ich im Tour und Tour irgendwann nochmal was erreiche, weiß ich gar nicht. Weil es geht irgendwie über Bergab. Oh, ich bin hier im 3-3 ziemlich hoch. Hm, was bei mir. Äh, wenn es euch gefallen, lasst ein Like. Da würde mich freuen. War eine ziemlich lange Folge. Seid ein Haufen, du waren das ja bei uns reingegangen. Bis zum nächsten Mal. Und... Bis zum nächsten Mal.